Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Gemüse schmeckt mir dann am besten, wenn ich es mit Käse überbacken habe. Wir machen heute einen Blumenkohl Brokkoli Auflauf mit einer leckeren Bechamelsoße und mit Bergkäse überbacken. Herrlich! Bevor wir den zum überbacken nehmen können, denn die Stücke sind ja so ein bisschen groß, habe ich hier 250 Gramm Bergkäse, die ich schon mal gewürfelt habe. Die geben wir in den Thermomix. 30 Sekunden auf Stufe 5 wird das dann zerkleinert. Bei Bedarf sollte man das immer mal nochmal mit dem Spatel runterschieben. So, das ganze füllen wir jetzt um in ein geeignetes Gefäß. In diesem Falle dieses Schüsselchen. Dann wasche ich den Topf kurz aus bzw. entstaube den. Also einmal kurz auf Turbo schalten, dass da alles raus ist und dann geht es weiter. So und jetzt kommen wir zur Zubereitung unseres Gemüses. Wir machen einen wie gesagt Brokkoli Blumenkohl Auflauf. Da braucht man natürlich auch Kartoffeln dazu und ich habe jetzt jeweils 500 Gramm Blumenkohl, 500 Gramm Brokkoli und das verteilen wir einfach hier schön in unserem Varoma. Bitte immer darauf achten, ihr wisst Bescheid, dass die Schlitze entsprechend noch offen sind. Dass da nicht alles abgedeckt ist, dass da auch schön Luft durch kommen kann und ihr könnt auch, ihr könnt auch TK nehmen. Also getiefkühlten, tiefgekühlten Brokkoli und tiefgekühlten Blumenkohl nehmen. Dann solltet ihr den allerdings vorher auftauen. Entweder in der Mikrowelle oder morgens einfach aus dem Eisfach nehmen, wenn ihr es vorbereitet. Wie gesagt, das sind den Varoma. In unseren Mixtopf kommt ein Liter Wasser. In unseren wunderschönen neuen Gareinsatz, da kommen jetzt 500 Gramm Kartoffeln rein. Die habe ich schon halbiert und natürlich geschält, klar. Die sind überwiegend festkochend. Achso stopp. Und einen Esslöffel von unserem Suppengrundstock. Der kommt natürlich auch noch rein, um den Kartoffeln so ein bisschen Würze zu geben. Zack. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. So 28 Minuten werdet ihr das jetzt kochen auf der Varoma Stufe. Also dämpfen. 28 Minuten. Varoma Stufe 1 reicht vollkommen aus und dann sehen wir uns in knapp 30 Minuten wieder. Der Blumenkohl, die Kartoffeln, der Brokkoli sind bereits gedünstet und ich habe eine entsprechende Auflaufform bereitgestellt. In die wir jetzt das ganze Gemüse hinein geben. So das sieht ja jetzt mega voll aus, aber da müssen auch noch die Kartoffeln rein. Die werden wir allerdings jetzt, bevor wir die rein geben, noch mal ein bisschen kleiner schneiden. So und dann geben wir die einfach hier dazu, verteilen das ein bisschen und jetzt kümmern wir uns um die Soße. Die ganze Gemüsebrühe, die da drin ist, die geben wir natürlich auf. Ihr braucht den Topf nicht auszuspülen, meines Erachtens nach. Das kann man eigentlich so lassen. Denn jetzt kommen erstmal die Zwiebel rein. Und zwar habe ich eine Zwiebel hier schon halbiert. Die machen wir jetzt relativ klein. Und zwar 10 Sekunden auf Stufe 6. Da müsst ihr vielleicht mit dem Spatel arbeiten oder einfach mal nach 5 Sekunden unterbrechen. Kurz unterbrechen, runterschieben und dann weiter, damit die richtig schön klein werden, die Zwiebeln. So, als nächstes kommen 30 Gramm Butter dazu. Das mache ich jetzt gerade hier durch den Deckel. Und das Ganze wird jetzt 3 Minuten auf Stufe 1 in Varoma, ach ich sollte vielleicht doch nochmal nach unten schieben. 3 Minuten Stufe 1 Varoma gedünstet. In der Zwischenzeit heize ich schon mal den Backofen vor auf 180 Grad Umluft. Wenn ihr keinen Umluftherd habt, dann macht einfach 200 Grad Ober- und Unterhitze. So, als nächstes geben wir 50 Gramm Mehl dazu. Und das Ganze lassen wir dann wieder weiter anschwitzen. Dieses Mal Stufe 2 auch 3 Minuten Varoma. Jetzt stellen wir kurz die Waage ein normalerweise und wiegen die nächsten Zutaten ab. Aber da ich die schon abgemessen habe, brauchen wir das nicht. Wir nehmen 150 Milliliter Sahne, 450 Milliliter Gemüsebrühe. Super, die habe ich jetzt nicht abgewogen, also doch die Waage. So, eine Prise Muskatnuss, muss auf jeden Fall da ran. Weil Brokkoli und vor allen Dingen auch Blumenkohl, da muss Muskatnuss ran. Etwas Salz und Pfeffer. Zur Not schmecken wir das nachher nochmal ab. Aber ich würde auch hier nicht zu viel Salz nehmen, denn der Bergkäse an sich, der hat ja auch eine gewisse Salzigkeit. Das Ganze wird jetzt 6 Minuten mit 90 Grad auf Stufe 4 gekocht oder erhitzt. Das wird ja nicht gekocht. 8 Sekunden Abkühlphase. Warum auch immer, es ist ja trotzdem noch heiß. Aber er macht immer, immer 8 Sekunden ab. Das habe ich auch beim TM5 schon nicht verstanden. So, jetzt müssen wir noch was einwiegen, bevor unsere Soße jetzt hier endgültig über den Auflauf kommt. Nämlich 120 Gramm des bereits im Vorfeld geriebenen Bergkäses. Okay, das war jetzt ein bisschen viel, ist aber nicht schlimm. Der Käse ist ja trotzdem drin und das Ganze mischen wir jetzt nochmal. Stufe 4, eine Minute. Damit ist unsere Bechamelsoße fertig, die wir jetzt einfach hier entsprechend drüber gießen. Fast die Gemüsebrühe umgekippt. Den restlichen Käse ganz klar, den streuen wir jetzt gleich drüber. Ich kratze hier mal ein bisschen aus. Da ist jede Menge noch im Kessel. Das sind doch etwas zähflüssig, dass das hier alles schön drüber ist. Und ein bisschen Käse drüber. Ein klein wenig Fromage, wie man in Frankreich sagt. So, und wenn wir die ganze Fromage über den Auflauf gegeben haben, übergeben wir die ganze chose an die Backofen. 180 Grad, 20 Minuten. Wir sehen uns gleich, a bientot. So Leute, unser Blumenkohl, Brokkoli, Kartoffel, Bechamel, Käseauflauf ist jetzt fertig. Ich habe nur noch einen einzigen Topflappen. Der andere ist unauffindbar. Wer hat meinen Topflappen geklaut? Ich pranger das an. Und ich dachte ja so am Anfang, vielleicht ist es ein bisschen wenig Soße. Aber das sieht gut aus. Und ich probiere jetzt, bevor ich das hier serviere und so, ich probiere das jetzt einfach aus dem Topf. Ja, aus der Auflaufform. Cool, ich mag ja Bergkäse. Das ist ja was Feines. Und jetzt erstmal ein Kartöffelchen ins Süßchen rein. Herrlich. Ja, das ist richtig gut. Wirklich. Ohne Witz. Das ist genau mein Geschmack. Total cool. Die Soße dazu, herrlich. Und da bin ich überzeugt, das mögen auch Kinder. Es schmeckt wirklich, wirklich gut. Es ist eine tolle Möglichkeit Gemüse zuzubereiten. Ist vielleicht jetzt nicht gerade die kalorienreduzierteste Art, aber hey Leute, was soll's. Das ist ja auch kein Bauch, das ist ein Feinkostgewölbe. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert vielleicht auch den Kanal. Denn nur hier gibt es die besten Rezepte aus dem Wunderkesselforum. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat und bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.